Liebe Grüße gehen an die Funkerrunden in Berlin. Jeden Sonntag um 19 Uhr trifft sich die SSB-Runde Berlin-Brandenburg auf dem USP-Kanal 3. Ein Gateway befindet sich auch in Berlin. Du findest es auf dem Kanal 71. Jeden Tag von 9 bis 20 Uhr werden am Falkensee in Spandau Funkerrunden angeboten. Du findest sie auf Kanal 28 und 35. Die schöne Malibu-Runde findest Du auf dem USP-Kanal 2. Liebe Grüße gehen an Mariendorf, Lichtenrade und Büchow. Im nordöstlichen Stadtgebiet von Berlin findest Du auf Kanal 23 eine nette Funkerrunde. Sei gerne mit dabei. Und auch an Weißensee wird gefunkt auf dem Kanal 38. Eine Amateur-Notfunkrunde findet jede Woche sonntags um 19.15 Uhr auf Liebe Grüße an alle Funker-Freunde aus Berlin.